Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Ich freue mich. Ich werde heute mal eine längere Session machen. Wir haben jetzt viertel vor vier und ich würde gerne so lange spielen, bis mein Freund wieder nach Hause kommt, sprich bis viertel vor sechs ungefähr. Heißt zwei Stunden. Und ich würde gerne versuchen, diese Zeit zu nutzen, um noch weitere von den Lebens- bzw. von diesen Seelen-Orbs da unten zu sammeln. Also hier diese grünen und die blauen. Einfach weil mein Freund ist ungefähr genau da, wo ich auch bin mit dem Spiel und der hat die doppelte Menge an diesen Orbs einfach. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die alle übersehen haben könnte. Was mir aufgefallen ist, hier, das kann ich ja jetzt zum Beispiel, kann ich mir dann nämlich das hier holen. Zack. So, das ist nämlich schon mal etwas. Und ich habe ja jetzt mittlerweile auch mehr Fähigkeiten, ne? Ist euch klar. Will bedeuten, schon wieder falsch, dass ich auch hier durchaus an mehrere Stellen jetzt rankommen könnte, wo ich vorher nicht rankam. Zum Beispiel. Und da würde es mich dann auch auf jeden Fall reizen, nochmal die ganzen Stellen hier durchzugehen. Einfach um auch diese ganzen, ähm... Ihr seht, diese ganzen orangenen Orbs hier. Das ist alles, ähm... Fähigkeitsstärke, sozusagen. Und die muss ich einfach alle noch einsammeln. Das ist einfach... Es gibt noch so viel zu tun, bevor ich jetzt hier wirklich mit der Story weitermache. Und das möchte ich auch gerne tun. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne zu einem dieser Brunnen... Das ist einer von den Bäumen. Da hinten sind die Brunnen. Komme ich denn da hin? Ich gucke mal eben. Eigentlich müsste ich da mittlerweile ja hinkommen. Aua. Warum macht er das denn nicht? Bäm! Uh! Okay. Komm schon. Nein! Okay, ähm... Ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Höh! Aua, 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 aua. Oh mein Gott. Okay. Meine Fresse. So, jetzt. Skidusch. Es geht nicht. Kann ich das hier nicht? Geht das nicht? Aber wie komme ich denn dann hier durch? Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier durch... Ah! Ah, oh, verstehe. Okay. Hier komme ich aber durch. Sehr gut. Juhu! Heißt schon wieder einen Punkt. Aber hier komme ich nicht weiter. Okay, jetzt bin ich wieder genauso weit wie vorher. Ja? Uah! Okay, hier geht es nicht weiter. Aber wie komme ich denn dann jetzt hier... Ne, das hatte ich ja auch schon mal versucht. Aber es funktioniert nicht. Okay. Hm. Bedeutet, ich komme hier nicht weiter. Wie komme ich denn dann hier weg? Da unten. Durchs Wasser. Aber da unten komme ich doch auch nicht weiter. Jetzt bin ich mäßig verwirrt. Achso, ich muss jetzt wieder dieses Dings holen hier. Das hier, das habe ich jetzt wieder nicht mehr. Skipp. So. Jetzt habe ich doch fast schon wieder zwei Punkte hier. Kann ich hier nach oben weiter? Glaube ich aber nicht, oder? Das wäre doch irgendwie... Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Au. Genau, so weit war ich ja auch schon mal. Aber... War ich so weit schon mal? Ich glaube nicht. Doch, natürlich war ich hier schon, oder? Ja. Sicher doch. Ja, und hier? Genau. Ah. Da kam dann dieses komische Viech. Aua. Verdammtage. Verdammtage. Wow. Aua. Fisch, aua. Nein, nicht töten. Aber wie komme ich hier durch? Das verstehe ich nicht ganz. Ich würde ja gerne einfach irgendeinen Brunnen finden. Bei dem ich mich dann teleportieren kann. Sprich, bei dem ich einfach wieder zurück an einen anderen Ort komme. Aber irgendwie gibt's den hier nicht. Wie bin ich denn überhaupt hier hingekommen? Ich bin von oben runtergefallen, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay, ich muss einfach mal... Ich muss einfach mal versuchen, da jetzt weiterzukommen, hier unten. Ich speichere hier nochmal. Ich bin gespeichert. Sehr gut. Ah. 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 So, genau. Hier. Wah. Okay, einmal speichern. Ah. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben. Okay. Ein Leben habe ich noch. Ist egal, ich habe da vorne gespeichert. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Oder muss ich da... Wartet. Ich verstehe nicht, wie ich durch diese blau leuchtenden Dinger durchkomme. Ganz ehrlich. Und irgendwie hänge ich jetzt hier so ein bisschen fest. Es ist so ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Es ist so ein bisschen nervig. Nee. Okay, das funktioniert schon mal nicht, so wie ich mir das vorstelle. Dann werde ich einfach mal versuchen, hier hoch zu kommen. Vielleicht. Bingo. Da muss ich vielleicht von der richtigen Seite an diese blau leuchtenden Dinger dran. Und jetzt komme ich hier trotzdem nicht weiter, wenn ich dann nicht hochkomme, einfach. Ach Gott, ist das nervig. Aber das zeigt mir doch, dass es funktioniert. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das zeigt mir doch, dass es funktioniert. Und wieso schaffe ich das bei dem anderen nicht? Jetzt bin ich etwas... Wow. Okay, jetzt haben wir bestimmt wieder einen Fisch, genau. Stirbfisch. Okay, kaputt Fisch. So. Gut, jetzt probiere ich es nochmal. Du lässt mich jetzt mal in Ruhe. Okay. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Und natürlich. Weil ich jetzt das Wasser hier abgelassen habe. Kann ich jetzt da... Ah, verstehe. Okay, okay. Ja, gut. Ähm. Ich speichere hier nochmal. Autsch, genau deswegen. Ah! Meine Fresse. Komme ich hier drauf? Okay. Okay, das so unten brauche ich nicht. Ich habe Angst. Bitte töte mich nicht. Puff. Okay. Puh. Oh, halleluja. Okay, wie soll ich denn da jetzt rüberkommen, ihr... seid ja witzig, ey. Achso, okay. Ja, gut. Das war einfach als erwartet. Gut. So, jetzt gucke ich nochmal eben da oben. Hier oben ist nämlich auch was. Aber wie komme ich da jetzt hin? Das ist jetzt die Frage, doch. Nein! Okay. Ich weiß wie, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Komm schon, schieß doch mal. Nein! Okay. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Oh Gott, oh Gott. Puh. Oh. Ei, ei, ei. Hey. Puh. Wartet. Nee, da oben ist nix, okay. Oder? Nee, das ist, glaube ich, wirklich nichts. Wartet kurz. Wartet kurz. Also, ich gehe jetzt noch das Ding hier holen. Wuhu. Und dann schaue ich zu, dass ich hier oben einmal speichere, weil ich gerne das Erfahrungsdingsbums da oben haben möchte. Und hier jetzt direkt einmal noch meine Punkte verteilen. So. Hier haben wir Luftsprint. Kann ich noch nicht. Energieeffizienz. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Okay. Er fordert schon zwei Fähigkeitspunkte. Holy shit. Das aber, glaube ich, auch, ne? Ich nehme das erst mal. Weil es bringt mir auch nichts, wenn ich eine Fähigkeit erweitere, die ich im Prinzip noch nicht habe. Ach, geschafft. Puh, ich habe es geschafft. So. Komm her. Schieß auf mich, du blödes Vieh. So. Wonderful. Ach, da ist noch eins. Au. Nein, 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 nein. Aua. Nein, ich bin gestorben. Verdammt. Warum habe ich ihn nicht nochmal gespeichert, nachdem ich das geschafft hatte? Ach, nein. Ach, verdammt. Okay, okay, okay. Nein. Komm schon. Meine Fresse. Ja, okay, dann stirb doch einfach. Boah, es hat doch einmal geklappt. Verdammt, der Hacke. Okay. Es geht nicht mehr. Ja. Warum klappt das denn jetzt nicht mehr? Verdammt. Aua. Ach komm, töte mich doch einfach. Okay, ich will das jetzt noch schaffen. Nein. Boah, dass mir das aber auch einfach immer direkt zu viel Leben abzieht hier. Okay, das könnte jetzt wieder ein Weilchen dauern. Es tut mir leid. Okay. Leute, ich werde das einfach zusammenschneiden. Das hat ja so keinen Sinn hier. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Holy shit. Das war jetzt mal das schwierigste, was ich hier bisher getan habe. Und wenn ich jetzt wieder sterben sollte, dann, oh, ich warne dich. Ach, komm schon. No. Oh mein Gott. Oh, ich will nicht wieder sterben, bitte. Lass es mich doch dieses Mal schaffen. Oh Gott, noch mal. Boah, ich hab's geschafft. Okay, ich hab's geschafft. Ich werde gleich dann auf jeden Fall auch meine einen Pass beenden hier. Oh Gott, ist das schlimm. Ich möchte eigentlich nur zu dem Brunnen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der ist. Okay, lass mich kurz nachgucken, wo der Brunnen ist. Der ist direkt hier in der Ecke. Dann werde ich da jetzt kurz hingehen, mich dahin teleportieren, wo ich hin will. Und dann werde ich den Part beenden. Okay, hiermit kann ich mich teleportieren, richtig? Jetzt müsste ich einmal da hin. Weil ich glaube, da hat alles angefangen. Richtig. Hier war der Anfang. Und hier gibt es jetzt noch was zu entdecken, meine Freunde. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Das ist leider das große Problem. Hm. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Okay, ich werde den Part an der Stelle jetzt einfach mal beenden. Wir hatten noch mal meinen Freund fragen, wo genau es jetzt hier weiterging. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.